Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zum, ja, nochmaligen Infovideo, beziehungsweise was heißt nochmalig, ähm, ich möchte ein paar Sachen klären, ein paar Sachen klären, ähm, und zwar wird jetzt diese Woche die EPP beendet werden, warum spreche ich dann Spieltag 10 an, der kommen soll, es kommt noch ganz normal Teambuilding, dann der Spieltag und dann halt noch Freitag und Samstag wieder das EPP Ding und hoffentlich heute noch das Infovideo und ich glaube, das war es schon wieder für diese Woche, einfach weil ich relativ wenig Zeit die Woche wieder habe, aber ab nächster Woche geht es dann wirklich ganz normal los, da, ähm, ist soweit alles schon im Voraus geplant, da werdet ihr auch wahrscheinlich jeden Tag mindestens ein Video haben, wenn alles so aufgeht, wie ich das möchte, ich denke aber mal, ähm, deshalb, ja, dann möchte ich mich noch bei, ähm, LP Gang wegen diesem Gruß von Gang bedanken, weil da sind ja doch von 113 auf 135 sind wir hochgegangen, ein bisschen ist dazugekommen, ne, ähm, dann möchte ich mich nochmal hier offiziell auch bedanken, ich habe mich privat schon bei ihm bedanken, jetzt habe ich es auch offiziell gemacht, dann, äh, was gibt es noch, was gibt es noch, was gibt es noch, gibt es eigentlich noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube, momentan ist momentan eigentlich jetzt nichts, äh, Wichtiges los, die EPP wird, ähm, mit der Hinrunde, bzw. halt nur mit den 13 Spieltagen beendet, das kann ich schon mal sagen, genaueres kommt dann halt am Spieltag 10 und ich werde nun noch ganz normal Teambuilding, Spieltag 10, Teambuilding, Spieltag 13, ne, 13 müsste es sein, ich glaube schon, ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau, welcher Spieltag da, äh, alles damit, äh, eingebunden wird, ansonsten, ähm, was wird kommen, genau das wollte ich sagen, also es wird ganz normal TCGO kommen, es wird Showdown kommen, es wird TTT kommen, es wird Yu-Gi-Oh! kommen, es wird tatsächlich Fire Emblem, also momentan ist noch Fire Emblem auf jeden Fall da, aber davon habe ich halt noch nichts aufgenommen, ich hoffe mal, ich schaffe Fire Emblem, also, um jetzt gleich im Voraus das zu sagen, erwartet wirklich nicht, äh, erwartet nichts in Fire Emblem, ich habe das Franchise, äh, überhaupt, äh, sie spießen noch nicht lang, ähm, und, ich bin auch kein Gott in dem Spiel, ne, also, erwartet da am besten nicht zu viel, ich denke, wir werden es ganz normal casual durchspielen können, ich werde auch versuchen, dass wir möglichst wenig Verluste haben, weiß ja, das ist schon, ne, ihr versteht, was ich meine, gut, und, äh, ja, normalerweise würde ich dann auch noch ein Pokémon-Projekt bringen, das Problem ist, ähm, es ist was ein bisschen größeres in Planung, ne, und, ähm, dadurch werde ich jetzt momentan kein Pokémon-Projekt bringen, weil ich weiß nicht genau, wann dieses größere Projekt starten wird, ich denke aber halt, dass es relativ bald starten wird, deshalb, äh, möchte ich da noch warten, und weil es ist halt wirklich ein größeres Projekt, was, äh, in dem Sinne Zeit beansprucht, dass es länger dauern wird, aber das, das seht ihr ja dann, und, ja, das hat mir jetzt kein Pokémon-Projekt, aber dafür habt ihr ja Showdown und TCGO, meine Fresse lernen reden, also, ja, denke ich, sollte es passen, und, ähm, das war es eigentlich schon für dieses Info-Video, ich würde nur, wollte euch nur kurz Bescheid geben, und, ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall, bis dann, und ciao.